Die Abstimmung ist eröffnet. Ich denke, die erste Sache ist, dass es möglich ist, dass es in Zukunft mehr ökonomisch-freundlichen Trucks gibt. Es ist auch möglich, dass es mehr Wettbewerbs gibt, wenn man mit verschiedenen Füllen hat, für zum Beispiel eine mehr environmentally-freundliche Fülle, und das ist, glaube ich, eine große Vorteile. Die Trucks werden auch sicherer, weil der Veränderung des Designs, besonders sicherer für andere Menschen. Und die dritte Sache ist, dass es auch besser für die Fahrer in Zukunft ist, zu sehen, ob er oder sie ist overloadiert, oder nicht. Die Sache ist, dass, insbesondere in der Gros-Border-Question, über langer, heavierer, oder tallerer Trucks, wir finden eine gute Lösung. Everything stays like it is. For example, in Scandinavia, they can use these big trucks, they can cross borders between Sweden and Finland, so that's legal now, and I think that's very good. Danke schön. Gute Pfund. Dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Das war's für heute. Das war's für heute.